Ja, moin Leute, was geht? Ähm, sorry. Ähm, ich würde sagen, dass wir heute wieder einen Nicht-Lachen-Challenge machen, weil das haben wir ja gestern mit meinem Freund gemacht. Und, ja. Willkommen zu das Auditorium. Ähm, dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Vor allem, ja, glaube ich, ganz gut. Hallo Leute, ich bin Kranix, Sie haben Pascal und Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu... Ja, nur noch halbange, ich lache nicht, ich bin fertig. Ähm. Ja. Jetzt kommt, was euch nicht gut tut. Boden gut machen, tut gut, alles finden und dazu kräftig sparen. Mega gut, macht gut, was euch gut tut. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Ja, Leute, was geht ab? Ihr habt einen Herzen-Challenge. Das sind dann ein Versuche, nicht zu lachen-Challenge, denn ich hoffe, ich hatte eine 500 Jahre angezogen, eine neue Folge, zusammen mit dem einzig wahren. Das sind dann ein Versuche, was geht ab? Das fühlst du, ich hab' mich noch stärker. Ah, Alter, wie lange ist es her, dass wir den letzten Folge aufgenommen haben? Letzte Woche mal, was? Äh... Du musst da drüben stehen, denkst du wirklich, die Leute auf Mallorca werden mich nicht akzeptieren, mit einem Augen drauf? Gibt mich das, oder? Äh... Silberner, ähm, Playbutton, oder Goldner bei dem? Ah, so, Leute, lass mich sagen, noch um, da haben wir 10.000 Likes, performt, äh, denergy, Redcircle auf der Bühne, wir starten rein, ne? Oh, dem Kind. Ich glaub, das ist ein Goldner. Ja, du geh mal bis zur Ehrenlohn. Lalalala, mein Kind. Bro, lachen, ne? Also man darf kein, kein Lachen hören. Grinsen kannst du von mir aus, aber lachen. Wenn du einmal lachst, und wer da nicht durchzieht, der größte Hund, Digga. Okay. Let's go. Oh, geil, Digga. Huse, mein Hund überrascht mich oft. Ich glaub, es wird ehrenloser, oder? Ich glaub, es wird wirklich ehrenloser. Also, ähm, wir machen das wieder, dass wir, ich drei Leben hab. Das wird richtig eklig. Und... Ja, dass ich dreimal nicht lachen darf. Ja, schick ich auch mein Warum. Digga, wenn der lacht, muss ich auch immer so oft lachen. Äh... Okay. Er hat gelacht. Er hat gelacht. Er hat gelacht. Er war ja ganz los. Ja, der war los. Also, ich hab nicht gelacht. Aber man darf kriegen. Weil ich mich ja eh nicht sehen. Guck mal, ganz kurz. Warum finde ich so schlimm lustig? Warum? Erklär es mir. Also, irgendwie... Bro. Ja, ist halt so. Wie viele... Ja, ist halt so. Ja. Warum ist das lustig? Warum muss ich dann lachen? Aber ich hab noch nicht gelacht. Deswegen... Es wird sehr schwer. Und ich seh grad, ehrlich gesagt, meine Augenbrauen heute wegfliegen. Ich seh die wegfliegen, Bro. Ich hab auch das Gefühl. Okay. Okay. Dann geht das. Aber schnell unterwegs. Es geht aber... Ah. Was ist denn das für ein Spiel? Schreibt's mal in die Kommentare, was für ein Spiel das ist. Also, ich kenn das nicht. Achso, Fortnite. Ja, das sieht aus wie Fortnite. Aber am Anfang sah es nicht aus wie Fortnite, finde ich. Junge. Ja. War ein kurzer Geburtstag. Es war ein kurzer Geburtstag. Alles gut? Ja. Du hörst? Alles gut, Bro. Der hat nur geklatscht, aber er hat halt Kuchen in der Hand. War nicht zu schlau, oder? Boah, der Jäger. Die haben Butter oder... Okay, ja. Ist der verrückt? Er wird zeigen, dass ein Ei gelb ist. Was ist mit dem Ei gelb? Ach, oh mein Gott. Was? Ist das Ei gelb? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn? Oh mein Gott. 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 Was ist das? Ja, okay. Hab ein Leben verloren. Scheiße. Ja. Ich lass den Paul nicht laufen. Gut. Gut. Ich lass den Paul nicht laufen. Hä? Hä? Das muss ich auch mal probieren. So musst du dir über die Seh'n, ja. Nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Boah, das sind diese coole Dinger, die an der Decke kleben bleiben. Ah ja, das ist geil. Da kam die ganze Loppe runter. Ach, schlimm. Oh, oh, oh. Digger, was ist das? Und der Bruder hat so eine geisteskrankte Haltung. Bro. Junge, wie blass. Wie blass ist der? Wie jeder. Du kannst wieder lachen, das ist nicht witzig. Du kannst wieder fast gehen. Ich schwöre jedem, das ist ein Juni. Ich kaufe in der Schule. Äh. Ja, okay. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dings wollte nur normal aufs Kloch. Die Stimme, komm raus. Ich hab nichts verstanden. Alles gut? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab das mal verkackt. Wie doch mal verkackt. Nee, nee. Ich hab's normalerweise nicht sehr schmal, aber ich hab's jetzt so weit gemacht. Äh. Mhm, ja, ja. Du hast einfach kurz Kulturschutz geknacht. Hatte nach oben was gedacht?! Wiedere vom Großbruch was! Durohead! Durohead! Weißt du, was wir gerade für eine Frage stellen? Das Ding jetzt, die sind ja in der Schule. Wohrt er die Flagge her? Gro nimmt er die Mistake NPC z.B. zum ratzpacken. Und die Flagge. Zum Glück давай! Die Flagge! Ja das ist wirklich schon einames flavuki-Baldon! Ich bin da. Ja die Flagge! Äh... Äh Wie auch? Maschine! Hallo? So spielt man das Spiel nicht, oder? Digga, der hat's... Bro, er springt halt einfach da rein. What the fuck? Er hat mindestens so zehnmal gelacht, der Weif. Lukas! Digga, es kommt schon wieder, der Weif. Oh, mein Gott, mein Gott, oh! Oh, ich spür den Schmerz mit. Oh, tut das dir nicht weh? Nee, ich hab keinen Bock. Junge, das tut doch weh. Ist es manchmal auch bei euch? Ihr spürt so den Schmerz mit. Zum Beispiel, wenn ihr im Fernsehen seht, dass jemand eine Glasflasche auf den Kopf bekommen hat, oder so. Also, nicht eine Glasflasche, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dass er... Ja? Was machst du? Gar nix, Bro. Von der Hornisse gestochen worden. Habt ihr manchmal ausgefiltert, dass ihr das Gefilter mit... ähm... merkt? Oh mein... oh mein Gott! Äh... Ja, ich würde definitiv da sein, mein Gott. Ich habe nur ein bisschen gedreht. Ich habe nur ein bisschen... Ich brauche mir die Kerze aus dem Kopf. Und wie so nächstes Video. Digga, was ist das? Ja, okay. Ja, okay. Die nächste Folge klingt mit deiner Geburt an. Jo! Hey! Alles klar! Mein Misserfolg klingt mit deiner Geburt an. Man kann es auch übertreiben! Ja, für die nächste Folge nicht lassen Challenge. Ja, wieder drei Leben werde ich. Hallo! Warum redest du... Nehmen wir schon auf! Scheißegal, du hast noch gerade die Sache. Dann schneid's mal raus, Toni. Toni ist mein Katakrym hier raus. Würdest du noch was sagen? Oder... Ich bin recht schön groß. So was tut? Schönen Gott! Schönen Gott! Schönen! Schönen Gott! Schönen Gott! Der Lifestyle hier? Ihr müsst ja jetzt mal mit dem Team nippen. Ist das cooler? Cooler mag ich nicht. Junge! Wie lachen die? Oh ja, das steht im Wald. Wieso lacht man denn? Du hast mich voll in die Hunde. Das nennst du sein Köln. Das kann nur einer sein. Das ist ein Stück der Bissmacht. Oh, der hat alles abgeholt. Ja, Digga, aber wieso lachen die da schon total? Die sind wirklich klein. Oh, oh, oh. Ja, und nicht lachen schnell ist das gut funktionieren, oder? Alter, ich zieh. Komm weiter, Mann. Ach, Egal. Ne, der Clip. Äh, war da ne Mann? Ich geh niemals raus während einem Tornado. Und er sagt, das ist so winzig. Ah, Merz! Junge, wieso lachen die da? Das ist doch gar nicht so witzig. Die lachen ja übelst krass. Die lachen aber wirklich krass. So richtig sauf. Aber ich find das nicht witzig. Aber ich find das nicht witzig. Aber ich find das nicht witzig. Mein Papa findet 2 mal Trautig. Oh, ah, Tricks tippt es? Nein. Nein. Malte übers Auto. Ich sag, nein. Geht's euch gut? Hey, der hat auch schon goldenen Play-Button? Wie viele Abonnenten heute? Schon vorbei, ja. Äh, wie steht das? Ja, ich stehe ich nicht fest. Komm, wir müssen jetzt mal wirklich durchziehen. Okay, wir lachen jetzt wieder mehr. Ab jetzt ohne Lachen. Vorbeifeln. Ja, das kackt jetzt los. Okay, das ist so witzig. Also nicht witzig, aber egal. Das war nicht witzig. Vielleicht so leid, Leute. Trinkt zu, packt das wieder weg. Und dann habt ihr einfach Bock auf Flöte spielen. Und ihr wollt einfach auf Flöter selber weg. Okay. Happy Easter, Grandpa! Nein. Okay, also er hat das schon gehalten seit dem Ersten Weltkrieg. Das kommt jetzt. Ey, geil. Man hat so laut drei noch. Och, das wär geil, wenn ich das bei deinem Handy einstelle. Überall nur meine Bilder. Ja! Ja! Das ist echt. Ruf! Hier! Junge! Kannst du mal rutschen? Warte! Ja, das hab ich auch gerade auch gemacht. Ich will schon. Hä? So, 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 so. Das war schon etwas. Mit Sänger. Boah! So, 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 so. Ja! Ja! Und tschüss. Er kommt dahin und sagt, lass uns mal schauen. Ach, lass uns mal schauen. Nimm ich auch nicht mit. Und? Das war dieses Gute. Ja. ño, na ja! Hjetzt doch! Hjetzt doch. Hjetzt doch! Hjetzt doch! Hä? Hjetzt doch! Ja!. Ich hätte gehaben. Ja! Ehhh, ja teşekkür ederim. Und das ist immer nur werben. Megagut! Wieso ist das witzig für dich? Ich versteh's nicht. Immer die Leute, die husten und alles husten. Da hat er irgendwie nicht geklappt bei dem. Beides. Bürger. Würdest du gern Ramen? Bürger. Wenn du dann wärst, würde ich sagen, beides. Ja. Ich glaube nicht, das Ding-Duck fängt da zusammen. Ja. Oh nein. Burger. Ich habe Burger genommen. Alright, Leute. Das ist dein Nummer, ne? Das ist meine Nummer. Ja, ja. Die bringt den Soße, ne? Das war da wohl drin. Time to prank my girlfriend. Bring us. Bring us. Hey, was war da noch nicht so witzig? Versteh's nicht? Das wird man dir auch passen soll. Find das nicht so witzig. Äh. Das... Ist das echt? Oder... Hey, sieht da auch irgendwie aus wie GTA. Ich hab das Gefühl. Aber ne, ist echt. Hä? Geiler Wasserhahn. Wieso lochen die da so krass? Ich hab das gar nicht richtig. Okay, das hat 10 Stunden lang gedauert, dieses Puzzle hier zu machen. Ist das jetzt einfach nur grün, oder? Hä? Du hast grad die Farbe gemacht. Oha. Oha. Wow. Hahaha. Alle Männer frei, was? Ke gut. Alle Männer frei. Okay, oh. Oha. Wo ist das Video von dir her? Das ist schon epic. Oha! Er klaut es! Oha! Oha! Ich hab das! Oha! Oha! Mein Name! Mann hat mich heute verraten. Ähh. Ähh. Hast du erststanden? Nae. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, der liegt. Er wacht gerade auf. Was ist das? Das kenne ich noch. Oha, sei es da? Was? Stopp jetzt. Jetzt hör mal auf, dass du lachst. Ja, du lachst doch auch. Hey, lach. Okay, Freunde. Ja, du lachst mehr, Lukas. Dein Vater lacht nicht so viel, aber manchmal lauter. Also... Ja, okay, jetzt hat er... Bam. Okay, alles gut. Ja, okay, ich hab nur noch zwei. Man kann schon übertreiben. Sorry. Blame. Alles doch. Danke. Nein. 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 Nein, nein. Das war der Nieve. eigentlich hast du verloren. Alles. Immer nur auf den Vater schieben, ne? Okay. Ich hab ein Leben erst abgezogen. Ah, man kann mal gucken. Okay, wollte ich, ne? War nicht, dass Aria ist... Got it. Was? Excuse me? Wir haben 2022. Excuse me. Ja, wir haben 2022. Und hier, das ist ein Monoppler. Und dann mit der Stretchband. Der arme Mann wird ohne Erlaubnis schlecht gefühlt. Was liegt denn? Das geht mir auf den Sack. Man kann es doch übertreiben. Naja, das weiß ich nicht. Hä? Dicker. Dicker.